Hallo Gamer-Gemeinde, heute will ich mir mal so richtig rächen, ich werde jetzt den Leuten mal so richtig einsuchen, vielleicht will ich jetzt gerade nicht, ich will jetzt einen schönen schnellen Panzer haben, naja relativ schnell, wollen wir wirklich schnell? So, ich muss jetzt ein bisschen abreagieren, die letzten Male haben wir ja sowas auf die Schnauze gekriegt, das will ich auch mal ein bisschen verteilen, ich hoffe mir gelingt das, das werden wir dann so lange machen, bis ich meine Aggressionen freigemacht habe, ja, mal schauen, das geht ja mal gar nicht, dass wir die letzten Runden nur zu Klump geschossen wurden, wir müssen hier auch mal einen Abschuss, zwei Abschüsse, drei, vier, Muss doch was machbar sein So, es geht nach Malinowka So, sichere verbündete Basis, schlöre gegnerische Fahrzeuge, das ist mal schnell zitiert, so, was haben wir da, ein bisschen drauf, das ist die verbündete Basis Befehlung So, auf geht's Oh, was lag das von mir, ey, toll, was soll ich stehen Ach, hier ist, ach, hier kommen wir gleich runter Das ist nicht drüber stehen, das ist gleich bevor wie ich, mal eben einfach runterballern, na, geht gar nicht So, hab ich gleich gefahren, warte, wir brauchen ein bisschen Zeit, bis wir in Fahr kommen, hier geht das schön ab, der Herz, hier kriegen wir Schwung, ja, so, muss das sein Mal auf die Karte gucken, wie ich dann am besten fahre, ich fahre auch ein bisschen in den Wald hinein Oh, da reife ich schon in großer Zahl an Wenn wir mal zur Unterstützung rüber da Das ist ausgescheide, Gott Hau weg Na, da bleibt nicht viel für mich übrig, wie ich sehe Darum neu Oh, der ist abgeprallt Oh, der schwere Panzerung ist auch Ah, der verlegen Fahrzeug zerstört Ah, Mist Mein Luchs, okay Alles klar, der war zu fett für uns Wir nehmen den nächsten Panzer hier, geht gleich weiter hier Gar nicht Das geht gar nicht, gleich, zack, rauf geht's Dann fahren wir mit dem Steward los, was soll's Zapp, zack Oh, der ist ja Okay, das beginnt, weißt du gleich, welche Rechnung wir jetzt gerade spielen, gerichtliche Basis einnehmen oder Fahrzeug unterschören, Standardmission. So, auf geht's, auf geht's. Angriff! Was seid ihr dran? Ich bin total zu gefustet. Was soll denn das? Ich reiß ja gar nix hier, das ist ja voller Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Hat der jetzt noch einen Gefecht? Ja, dann nehmen wir mal einen deutschen Panzer, was soll's. Panzerkampfwagen, drei Ausführungen. Ah, mal gucken, was damit geht. Jetzt Gefecht haben wir noch ein paar Forschungspunkte da, ne zu wenig, da können wir nichts verbessern. Schauen wir mal. Einen, kleiner Gefecht. Ah, ah. Mal über die Insel, wenn man kommt. Mal einen kleinen Erkundungspart machen, Leute. Ich würde mich sehr interessieren, ob wir über diese Insel... Los geht's! Ich glaube, ja. Mach hier mal, ich fahr mal hier lang. Der Pekka darf die ganze Zeit wieder zurückfahren, aber... Gleich zurück, glaube ich. Das ist ein Schissgebung, Mann. Ah, gut, darf nicht mehr. Moment, 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 Moment. Oh! Oh! Hallo! Wenn, wenn, das sagt ein Schissgebung. Junge. Da ist er. Sie haben uns, raus! War verknapp, war knapp, hätten wir geschaffen können, die mich nicht so dusselig eingestellt hätte. Verdammt. So. Ah. Mist, arg. Entschuldige, wir hier bei uns in dem Gefecht nicht so viel erzählen gerade. Ich müsste mal voll auf das Spiel konzentrieren. Ja. Nehmen wir doch noch mal.